Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Goof Troop Zusammen mit den Lothia Evolution 666 Das bin ich, danke Rose Ja, wir haben jetzt in den letzten Folgen ja schon die ersten drei Level schon mehr oder weniger erfolgreich absolviert Die Bosse, die waren natürlich hardcore wie Sau Vor allem der letzte Ja Aber wir haben es doch noch geschafft mit sehr viel Durchhaltevermögen Ja, gut und dann wollen wir gleich weitermachen, oder? Ja, also heute beginnt das große Finale schon Ist ja seltsam, die scheinen mich für ihren Kapitän zu halten Pst, sie dürfen uns nicht hören, Vati Dina bringt mir mehr Essen, so ein Aufenthalt im Bauch eines, weil es macht Hunger Das ist typisch Carly, der kann nur futtern Okay, das vorletzte Level beginnt Ach so, scheiße Das fängt ja schon gut an Oh Gott Erstmal kurz wieder reinfinden Jupp Ich kann dir ja nur leben, erst mal Erst beim zweiten Mal kannst du sie dann killen Beide hättest du mich getroffen Nee, ich hatte auf ihn gezielt, alles gut Okay Und wir haben nur Leben, ist das nicht geil? Theoretisch Müssten wir uns mal umbringen lassen Oh, naja Oh Gott Also den nach oben, oder? Ja, doch Ja, stimmt Aber wie Ja, den jetzt so Ja, doch Ist ja noch relativ einfach Stimmt Okay, das ging noch Pass mal, wir sind die Paraden bestimmt wieder da, ne? Ja Gut, dann lasse ich mich mal kurz umbringen Damit ich wieder Leben habe So Okay Moment Ich hoffe, dass da noch Zumindest eine Kirsche oder eine Banana drin ist Nein, gar nichts ist drin Auch gut Schade Ja So, jetzt kannst du wieder starten Ach du Scheiße Das ist nicht gut Hui Ja, killst doch mal die Frösche Nein Ja, oder Gegenteil Auch gut Äh Wie machen wir das jetzt, Frost? Doch Ja, genau Ja, so können wir das auch machen Witz doch nicht Ach man, die Frösche Nerven Achtung Ernsthaft? Können wir sich die Fässer von denen fangen? Das weiß ich jetzt nicht Doch Ja Oh Und Episch daneben So Ja Scheiße Okay Einer muss ihn jetzt ablenken Äh So Ja Toll Jetzt muss ich nur an die zwei Frösche noch vorbei Kacke Job vor mich Äh Ja gut, wir haben ein Problem Ja Scheiße Geh mal raus da Ja, ich geh raus Und dann wieder rein Genau So So Ich hoffe, dass das jetzt besser klappt Oh Oh, verdammt Das ist doch So Das gibt's doch nicht Wow Okay Ich versuch mal den Frosch da zu killen Erstmal Mhm Genau So Bananen sind immer gut Oh Gott Ja Jetzt bin ich mal gespannt, wie der nächste Raum aussieht Ich bin gespannt auf den nächsten Boss Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Und nee, ne Hm Ich weiß schon Wie wir das an sich machen müssen Irgendein Stein, der explodiert muss hier ran Ja, das ist klar, aber Warte mal Äh Aber wie Also der muss da schon hin Sonst geht der Ich hab die Lösung, ich hab die Lösung Den hier hoch Aber schnell, ne Ja, dann so Warte, der dann nach rechts Ich hab die dann dran Genau Warte So So Und so haben wir's dann Ach, scheiße, scheiße, scheiße So, genau Und jetzt müssen wir nur warten Hervorragend Du bist gut Ähm Boom Jeder kriegt ein, würde ich sagen Ja Äh Okay So Na, du hast ne Kerze Soll ich auch, soll ich auch ne Ja, komm Komm, ich nehm auch mal ne Kerze mit Haben wir Ja, den kannst du machen Dann haben wir Einen größeren Bereich Ach du scheiße Äh Okay Leck Oh Gott Ich ahne Wir müssen alle Schalter Irgendwie gleichzeitig betätigen Oh Hm Oder in einer richtigen Reihenfolge Die Auf Okay Klappt Ja Sehr gut Und Achtung Stacheln Oh, oh, oh Die hab ich gar nicht gesehen Okay Sollen wir Jetzt nach oben Oder jetzt nach links Äh Ich würd nach oben Ne, nach links Gehen wir nach links Okay, vorsicht, vorsicht, vorsicht Ja, ja So Okay Äh, warte mal Ich geh mal nach unten Genau Da ist auf jeden Fall Oh, fuck Oh, oh Hier ist gar nichts Okay, dann gehen wir zurück Okay Das war so ein Bonusraum Anschein Ja Und schnell Ah ja Wow, das war knapp Ach du scheiße Nimm du mal den Rubin Oh Gott, knapp Scheiße Ja Boah Boah, die sind so gemein, ey Ja, die sind viel zu schnell Ja Nimm du mal die Kirsche So, komm mal her So Den hättest du eigentlich gebraucht Können So, egal Ich sterbe eh viel öfter als du Okay Hä, schon wieder so ein Raum Der exakt selber eigentlich Ja So ein Frosch weg Komisch Naja, okay Hat er mich noch Nimm du mal die Kirsche Schön daneben erst mal Nimm doch Nein Oh Ernsthaft Ich komm durch Ich komm durch Ich komm durch Oh Mein Gott Das ist hier schon wieder Warte mal Äh Jetzt mal den Nee Der Pirat Der nervt Nee, nee, nee Warte mal Ich geh noch mal raus Okay Wir müssen sofort nach oben gehen Wir könnten so ein Totenkopfdingen da oben an den Sternen drauf machen Bringt das aber was Äh Ich glaube ja Wir versuchen es einfach mal Warte mal Warte mal Ich lenk mal den Pirat ab Aber wie willst du das machen? Achso, ja okay So geht das auch Ja, Quatsch, falsch Dann nach oben Ah ja Sehr gut Ja Oh mein Gott Schnell durch einfach Mit lohen? Okay Oh Gott Oh Gott Scheiße Okay Okay, das wird jetzt etwas schwierig Warte mal Hm Okay Warte mal Das sind jetzt Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sternenfelder Und wie viele Scheine sind das? Vier Oh Warte Drei, vier Sechs, sieben, acht Oh Gott Äh Den hier könnten wir rechts hinpacken Ja Ja, und den könnten wir hier hinpacken Bloß, äh Das geht dann auf Zeit, ne? Vielleicht sollten wir erstmal die Naja Wir können erstmal den Gästchen auf Zeit Der hier Vielleicht sollten wir erstmal die Steine Die so einen Stern drauf haben Erstmal irgendwie Hätte ich ja gemacht Hier oben Den Gut Aber wie geht's jetzt weiter? Warte mal Können wir den nach rechts? Nee Den könnte ich nach oben Nach oben Achso, ich dachte, er bleibt da Ich dachte, er bleibt da Ich dachte, er bleibt da Stehen, ne? Stecken Ich glaube, ich weiß, wie wir das machen Okay, dann mach du mal Also, warte mal Äh Ich hatte gerade Warte mal, wie hatte ich das denn jetzt gerade gedacht gehabt? Ach nee, das geht ja gar nicht, weil Ich glaube, wenn der jetzt hier ist Geht er hier Hier weiter durch Hm Keine Ahnung Hm Äh, wir nehmen die Banane Du, komm Okay Oh Gott, das ist echt schwer jetzt Warte mal, wie hattest du das gerade gehabt mit dem ersten? Äh Den hatte ich hier oben hingepackt Achso, okay So, wenn ich den nach links verschiebe Dann ist der hier Ja Aha Das ist jetzt ein bisschen doof Aber wir können theoretisch auch den hier dort oben Hinten mitpacken Stimmt Wenn der Stein hier weg ist, ne? Naja, den nach oben dann Den dort Stimmt Den nach rechts Ne, nicht den nach rechts Ich meine, den, wo ich jetzt stehe Den könnten wir dort oben auch hinpacken Hier, wo ich stehe, ne? Ne, da links Links? Hältst du denn? Ne, wenn wir den jetzt nach oben machen würden Ja Dann den hier nach links Hier an den Rand Und dann hier hoch Und dann Ja, aber dann geht der ja komplett nach links Ach nee, Quatsch Ach, da fliegt er wieder drüber Genau Ach, nee Aber die erste Idee fand ich gut Wenn der dann weg ist Der Dann hier ist Und dann nach oben Dann würde er da oben bleiben An sich ist das eine gute Idee Aber dann muss der Stein vorher Hier hin Hm Aber wie machen wir denn das hier dann? Puh Naja Warte mal Wenn wir Wenn wir hier Die beiden Steine Dort oben links in die Ecke packen Dann kann hier ein Stein dann hinrutschen Wenn hier ein Stein den Weg blockiert Stimmt Aber dann Also müssten wir dann die beiden Steine dann Dorthin packen Dort oben hin Stimmt So geht das Aber dann muss der Stein ja von rechts kommen Oder nicht? Ja, wie willst du denn anders machen? Der kann ja dann auch von rechts kommen Wenn der hier oben hin soll Eben Na komm, wir probieren das jetzt einfach mal aus Die Frage ist, welcher Stein? Ach ja Und dann müssen ja hier auch noch welche hin Oh Gott, ey Ja Ein sehr schönes Schieberätsel Boah, ich weiß das gar nicht mehr Wie ich das als Kind gemacht habe Keine Ahnung Warte mal Wenn Der Nach unten ist Ne, das bringt ja gar nichts Der geht ja hier durch Boah, nett Na ja Die Frage ist Müssen alle Jetzt unbedingt Ausgefüllt werden? Ich denke schon Ja, ne Oh Okay Das ist jetzt wirklich etwas knifflig Ja, okay Komm Wir probieren das jetzt einfach mal irgendwie Äh Genau Der ist mal nach rechts Genau So Warte mal Den Erst mal nach Links So Also du meinst jetzt die zwei Steine hier nach oben Wäre eine Möglichkeit Oder Warte mal Ach nee Das geht ja Oder Doch Warte mal Das müsste eigentlich auch so gehen Ich probiere mal kurz was aus Rose Ach nee Scheiße Oder Doch Warte mal Warte mal So Ach nee Scheiße Der Schein ist jetzt zu schnell weg Fuck Also an sich Das war halt meine Idee So Ja Warte mal Aber hier unten nichts Warte mal Ich probiere mal kurz was aus Wenn der da ist Wenn der dann Hier Ey Das bringt nichts Scheiße Da müssen alle Sternfelder ausgefüllt werden Ach du Kacke Hm Wie soll das denn gehen Vielleicht Äh Irgendwas mit dem Fass Wir dürfen vielleicht das Fass nicht wegnehmen Das könnte auch sein Aber wie machen wir das Der Stein hier Der steht Ein bisschen zu tief Oder wenn Wenn wir den erstmal hier links an den Rand packen Ja Wenn wir den theoretisch nach unten packen Stimmt Stimmt Aber Warte mal Dann haben wir immer noch das Problem Oder Warte mal So Dann ist der auch schon mal da Warte mal Wenn der rechte grüne Stein jetzt oben ist Dann kann der Dann hier hin Der dann hier unten Aber was noch Ist doch Ist doch alles logisch Aber was machen wir dann mit dem Ne Das machen wir so wie wir es gerade gehabt hatten Aber das muss schnell gehen Du hast ja gerade gesehen wie schnell der Gelbe explodiert Ne Ähm Ne warte wir können Ne das passt schon so Wir können doch jetzt erstmal den hier nach Dort oben hin packen Und dann machen wir das ganz schnell Okay Du machst jetzt die beiden Steine dort hoch Und ich schiebe den dann nach links Okay Können wir auch machen So Okay Warte mal Ich glaube wir haben es Ja wir haben es Jetzt muss der nach unten Und der kann ja schon mal nach links Ah ne 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 Zum Schluss Ne das ist auch ganz schnell Das muss auch ganz schnell gehen Du stellst dich jetzt Du stellst dich jetzt an den hier ran Ja Und sobald der Grüne hier an das Fass ranprallt Musst du glaube ich das Musst du den Gelben hier ran schieben Zu der Linie Und den dann nach unten In das Sternfeld packen Äh Der geht dann hier durch ne Ne wie Der hält ja hier nicht an Ne Ne Hier ist Wo ich gerade stehe Ist dann der Grüne oben rechts Ah ja Den machst du dann nach unten Und Ah ja Okay okay Ne bevor ich den nach unten mache Musst du deins An den ran packen Dass die nebeneinander liegen Ja Gut das muss auch sehr schnell gehen Dann haben wir es gleich Und Los So So das Fass weg Achso Achja so geht es auch Ne so geht es auch So geht es auch So Und den Da jetzt nach oben Und dann schnell nach oben Nein du musst den noch Hä Ah scheiße Den hier noch machen willst du Ach ja ja Fuck Oh nein Fuck Scheiße Mein Fehler Sorry Nicht so schlimm Ah scheiße Ähm Ja Wie hatten wir das hier jetzt gerade Also den erstmal nach links Ja Dann den hier erstmal nach rechts Nach oben Genau Dann die Steine Bist du bereit Ja So Zack Als nächstes Der hier Ja nach rechts Genau So Und jetzt wieder Dasselbe wie gerade Ja ab diesmal achte ich darauf Ja Gut Und Los So Schnell 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 Ja Nein Nein Scheiße Mach doch Scheiße War doch nicht mehr viel Zeit Nein Scheiße Nein Scheiße So knapp Ey Fuck Ich raste aus Ja ich raste auch gleich aus Alter 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 Falter So Okay Ganz langsam jetzt Obwohl Ne Wir müssen ja Das schnell machen Fuck ey Warte mal Warte mal Warte mal Ne Mach das doch Wie gerade jetzt Ja der kann ja schon Trotzdem da Schon mal hin Ja ist ja egal Wer doch reinfolgen So So Und So Zack So Aber weil ich Jetzt gerade so gemerkt hab Das ist so scheiße Okay Und Bereit Eins Zwei Drei Hä Was ist das Meine Fresse So schnell 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 Das können wir schaffen Das können wir schaffen Ja Ja Hä Hä Hier waren wir doch auch schon oder Ja Oh Ja klar Das ist einfach durchrennen Bin ich Ja Oh das war knapp So Ach du scheiße Ey das ist Ein einziges Schieberätsel Ja Ja Äh 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 Wie viel sind das jetzt Sechs Also kill du erstmal den da oben Würde ich sagen Mit irgendeinem Fass So Ja Der stört sonst Warte mal Okay Die unteren ist Die sind einfach Der einfach nach oben Das Fass weg Und der nach rechts Aber wie machen wir das hier oben Der könnte nach rechts und nach oben Das Fass weg Der nach oben Nach links Der scheint nach links Nach oben Aber Dann bleibt ja noch Hier dieses Fils noch Das ist jetzt etwas knifflig Wie macht man das jetzt Hast du eine Idee Ja ich hab's Und wie Der hier Muss erstmal das Fass so dran Ja Dann nach oben Ach stimmt Ja oder so Ja So passt das Ja okay Mach du mal am besten jetzt einfach So Dann kann der nach rechts Der nach links Genau Der kann auch nach rechts So Und jetzt müssen wir natürlich Wieder schnell sein Warte mal Lass mal das Fass weg Ja Genau Können eigentlich schon die ganzen Fässer wegnehmen Äh Was Ja doch Können wir Vielleicht ist was schönes drin Ja So Okay Warte mal Erstmal deinen dann ran Und Ach nein Wer ist die fest? Oh wer ist die fest? Scheiße Stimmt Fuck Nein wie dumm kann man sein Oh verdammt Oh Okay Erstmal wieder einen killen So Okay Aber wir wissen ja im Grunde genommen Wie wir das jetzt machen müssen Ja Genau Der nach oben dann Und nach links So Gut Warte 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 Nimm du Nimm du Kannst auch Okay Du haben Oder Ja ja So warte mal Aber das können wir wegmachen So nimm du mal die Kirsche jetzt Ja nehm ich dann gleich So Gut du Warte mal Ich mach mal hier Den rechten Du machst dann die unten Die zwei Steine Okay Ja machen wir Okay Auf drei Eins Zwei Drei Drei Ich glaub ich war zu schnell Egal Die waren ja alle grün Nicht gelb oder so Och bitte Keine Schieberätsel mehr Meine Fresse Ich hab auch keinen Bock mehr Scheiße 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 Kann die halt nicht killen Scheiße Hilfe Jo Einer down Äh ja So Anders Einmal Oh Gott der hat es gefangen Oho die Gegner werden ja intelligent Ja Die können schon mehr als ich Ach du scheiße Ich glaub wir müssen jetzt mit den Luren Der hab ich jetzt WTF Äh Nein Das werden wir nicht zusammen quäschern Ist ja lol Okay Ja ne Okay Ach du scheiße Okay wir müssen alle Scheiße Appetit Okay aber das ist angenehmer als die Schieberätsel Mach Ja Ja Mach du mal Dir du jetzt einfach durch Ja Ich war's hier oben Nein Nein Oh nein Schieberätsel du Willst du mich vollkommen verarschen Eins Warte mal wie viel sind das jetzt Eins Zwei Oh das Ah ne 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 Können wir gleich mal wenn wir das Rätsel geknackt haben Äh äh 2 3 4 Äh 2 3 4 Ich glaub das ist 4 ne Ja Oh Gott Also den dürfen wir nicht verschieben Das hab ich schon gerade gesehen Der muss nach links nach oben Äh Warte mal Äh Wie soll das denn gemacht werden Achso der Dann hier Dann nach unten Nee Nee Hä Warte mal Wird der jetzt nach oben geht Nee Ich hätte ne Idee Ja Angenommen wir schießen Wir fallen ein Quatsch Das geht ja auch nicht Nee Ich glaub wir Ich glaub wir müssen mit dem Unteren anfangen Ja wir machen uns erstmal so Genau Ja ok so geht's auch So ich glaub der muss dann nach oben Und dann nach links Und dann nach oben So Aber wie machen wir das denn Jetzt auf der rechten Seite Hä 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 Warte mal bringt das was Wenn der jetzt hier wäre Nach unten Ich glaube Ich hab's Okay Dann sag Ja ok wir müssen erstmal den hier nach links Ja Nach unten Und dann in das Loch Also nach links jetzt Ja klar Und dann den hier nach oben Okay Und dann nach rechts Und dann nach unten So Ja super Und dann mit den stein Ja 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 das ist ja gar nicht Ich bin singelt Das ist ja gar nicht fies Okay stell dich einfach an einen stein ran Und wenn irgendjemand da steht Ja Lol Ey fick dich doch Gegner Oh nee Okay Okay ich hab zumindest noch keinen Schaden bekommen Scheiße Aber dafür ich Ich bin jetzt zumindest mal hier oben Nur mal herkommen würden Ja geh doch da hin Ja geh doch da hin Ne Fress Wie kann man nur so dumm sein Ich bleib jetzt mal hier Ja genau Ja 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 Okay Du Spass Ja Warte mal So Wir verlieren hier alle unsere Leben Ja Oh wir denken scheiß Warte mal Warte mal Kleines Arschlo Ich versuch jetzt mal Nein Gar nicht gut Fuck Ja killt euch selber Das ist gut Scheiße 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 Warte ich halte hier gefangen Jo Zumindest den einen Ja komm Ja komm Kommt auch her Nein Gott So Und Boah Als ob Bin ich getroffen So Schieß ab Schieß Ja Ja Boah Boah Ich hab ein Mein Leben verloren Alle Okay Hä Warum das Warum ist da jetzt ein Enterhakenpunkt Das ist wieder ein Rätsel Können Ne Können die Ne Wir können die nicht verschieben Warte mal Wir gehen jetzt mal nach rechts am besten Hm Nein Oh Ich weiß schon wie ich diesen Part nennen werde Verdammte Rätsel Ja Okay Okay Fabrikestein der muss definitiv hier ran Damit er explodiert und die Lücke kaputt geht Ja wozu müsste die Lücke denn kaputt gehen Denke ich mal Weil guck mal Wenn wir das irgendwie schaffen Dass so ein Stein Hier ist Dann nach oben Ja gut Das geht dann Aber wie machen wir das Ja ja stimmt 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 Aber wie Das ist jetzt die Frage Warte mal Wenn wir den nach unten Ich weiß es Ja Hier nach unten Ah ja ja Aber was Okay Stell dir schon mal hin Dass du es machen kannst Den dann gleich nach links zu schieben Okay Warte mal Du musst dich dann rechts Dorthin stellen Dass du den nach links schieben kannst So oder wie Nein Der kommt jetzt hier runter Der gelbe Und du musst ihn dann nach links schieben Okay mach ich Gut Dann stell dich schon mal hin Jo Ne der kommt auch eins weiter rechts Oder Achso Na gut Ja so meinst du es Ja gut Dann stell dich halt dorthin Geht auch so Ja Okay Zack 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 Und jetzt Nein Schnell Oh Gott Oh Gott Okay So jetzt erst mit dem hier Links ran Ne Warte Warte Oder Doch Doch Ja der muss nach links So 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 Ja doch Okay So jetzt den nach oben Zack Genau 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 Dann haben wir es Haha Okay Das hat nicht so lange gedauert Mhm Aber ich Kann echt langsam Keine mehr sehen Okay Ich glaube der Wasserfall ist jetzt weg Ja Zum Glück Ja Erinnert mich irgendwie an die Seeschauminseln Ja Mich auch ein bisschen Dieser Wasserfall hier Ach du Scheiße Äh Wie Die Die wäre wieder später Verdammt Nein Scheiße Okay Einen roten habe ich schon mal Also zumindest einmal Okay Einen grüner Zweimal treffen Besiegt Einen roten habe ich Okay Einer nur noch Ich glaube das ist Bossentür Kann das sein Ich hoffe nicht Sieht nämlich danach aus Verdammt Ich hätte mich töten lassen sollen Aber das war dumm Ja Boss time Scheiße Ah Ich kann mich an dem Muss noch ändern Genau Das sind zwei Würmer Oh nein Ja Wieso müssen es immer zwei sein Das ist ganz normal Genau Und mit den Felsdingern Müssen wir die Bestätigen War das nicht zwei Würmer Ja doch Ich glaube jedes Mal Wenn wir die einmal getroffen haben Der hätte mich fast erwischt Dann kommen die Felsbrocken So Da unten Ja Geht nur von vorne Shit Ach nee Jedes Mal wenn die So einen Gang gemacht haben Kommen die Felsbrocken Aua Ja Den habe ich jetzt auch Sowas von gesehen Als ob das daneben war Das gibt es doch nicht Das war eigentlich Okay What the Hä Ich habe doch nichts gemacht Willst du mich verarschen Als Ja das haben wir schon so gut verloren Ja Ich glaube ja Ich mache jetzt nichts Ey Da unten Ja komm halt her So Ja Spaß Ich bin raus Oh du scheiße Ja wir haben halt kein Leben Ja Das ist diese Eine scheiß Tür Mit diesen fetten Piraten Das war knapp Mann So Von wo kommt er jetzt Ach nee Von wo kommt er jetzt Da Wow Das war knapp Ja Klar Sorry Mach mir Du musst gerade so lachen Und so ein Stein getroffen Jetzt haben wir mehr Leben als gerade Ja Das ist schon mal ein Anfang Ich mag die Boss Musik Ja Ich auch Ich habe die vom Final Boss In meiner Endcard Das ist gut Und ich als Cover Das passt ja Willst du mich vollkommen verarschen Ja Getroffen Habe ich gerade richtig gesehen Die Würmer verlieren immer einen Teil Wenn wir die getroffen haben Ja Nur leider Okay Der Grüne ist etwas schneller Mhm Du fällst gleich nach unten Naja Ist so eine Macke von mir Immer runter zu fallen Ich habe Angst vor dem er erscheint Ey Der wird dann auch hoffen Dass der andere den Wurm Erfickt Nein Das war aber auch so unfair Ja Ey Das ist so Ein fieser Ort Ganz ehrlich Oh Gott ey Ich glaube wir stellen uns dir gerade ein bisschen doof an Oder ich zumindest Das ist lustiger Ne ich wurde auch gerade von so einem Stein getroffen So von wo kommst du Von oben Ich hasse dich Ich glaube du musst immer mal ein bisschen warten Ja ich habe auch zu viel Schiss um zu warten Das ist mein Problem Boah ich muss mich ein bisschen konzentrieren ey Sonst fall ich wieder nach unten ey Ich bin beim letzten zu Ja jetzt erscheinen beide Gut Ich habe den Lila nochmal getroffen Aber er mich auch Ich habe auch nochmal den Ja Okay du bist alleine Geil Geil Oh Gott jetzt erscheinen beide gleichzeitig Das ist viel Macht Spaß Ja ne Achtung Oh ne Sehr gut Slekt Pass bloß auf ey Der grüne ist gemeiner Hm Nicht getroffen Achtung Slekt Scheisse Man Mann Wow das wird knapp Die soll mal wieder seitlich kommen Ja Jetzt Sehr gut Achtung Sehr gut Und wenn ich wenigstens noch ein Leben hätte Ja Hä okay Hier ist der violette Schneider Okay Achtung Alter die kommen so schnell mittlerweile Ja Ja Ist nicht normal Man merkt den Schwierigkeitsgrad Mhm Leck Verdammt der Leck hat mich Ich bin lieber nach unten gegangen Der Leck war mir zu unsicher Alter Boah ist das ein Boss ey So scheiße Boah ich trifft mich Vor allem weiß man nicht wer immer schneller ist ne Ich glaube das ist immer per Zufallsprinzip Hm anscheinend Das ist auch kacke Achtung Ja Okay einer ist schon mal weg Oh Gott Verreckt doch endlich mal Und am Ende tötet mich so ein Stein Das wäre scheiße Ja zu früh Scheiße Achtung Alter Die Steine machen mir mehr Angst als die Würmer Ja Das glaube ich dir Alter Wie das immer rumleckt Äh wenn die Steine runterkommen Ja Komm doch nochmal seitlich Komm Los Nee die kommen immer so länglich Aufpassen Oh Scheiße Das war knapp Ach Wieso kommt ihr nicht mehr seitlich Ach ich fühl mich hier am sichersten Ja Achtung Ja diesmal ging's Einigem Maßen Kann das sein dass der Grüne nur Von Unten kommt Oder von oben Kann sein ja Achtung Oh Das war sehr knapp Ja Dezent Ja BAM Ja in your face Alter Das hat ewig gedauert Ja Oh Oh ne Das war